Ich bin der Florian Erlich, komme aus Berlin, bin 19 Jahre alt, komme aus dem wohnenden Bezirk Marienfelde, bin jetzt im COT am Karlsbad 16. Was macht ihr da? Wir machen jetzt eine Ausbildung zum Zweiradmonteur. Das ist eine besondere Einrichtung, die Jugendlichen helfen, die sonst ein bisschen schwer haben. Kann man so sagen, ja. Was bekommst du da von den Ausbildungen? Ausbildung, wie jetzt, warte, Krieger oder wie? Also so menschlich, dass ich meine Ausbildung auch packe und dass ich die Schule auch gut abschließe.